Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge RetroBlind Yoshi Island ist am Start und wir ziehen mal weiter durch heute zwei Level so wie beim letzten Mal schon okay das ist ärgerlich euer Uw Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020